Sowohl im Sommer wie auch im Winter zeichnet sich der Stroblhof aus durch sein vielfältiges Aktiv-Familien- und Spa-Angebot. Als familiengeführter Betrieb ist es uns sehr wichtig, die Gastfreundschaft und die Nähe zu unseren Gästen zu pflegen und das vor, während und nach dem Aufenthalt in unserem Hause. Mein Name ist Sarah Keller-Pürcher und ich bin gemeinsam mit meiner Familie Gastgeberin im Stroblhof Active Families Spa-Resort im Basaiertal in Südtirol. Gerade vor und nach dem Aufenthalt stellt uns die laufende individuelle Kommunikation vor eine schwierige Aufgabe. Zum einen möchten wir mit unseren Stammgästen stets in Kontakt bleiben, zum anderen natürlich auch neue Gäste für unser Haus gewinnen. Marketing im Tourismus war für uns lange Zeit sehr schlecht messbar. Man gibt auf verschiedenen Kanälen sehr viel Geld aus und was dabei herauskommt, weiß man eigentlich nicht wirklich. Mit Additive haben wir vor gut drei Jahren eine Agentur gefunden, die dieses Problem mit uns gemeinsam löst. Wichtig war uns von Anfang an eine Sicherheit in der Budgetplanung. Diese Sicherheit erhalten wir dank einer Kombination aus einfach zu bedienenden Marketing-Software, für die laufende Gästekommunikation, innovative Marketing-Automatisierung und transparent messbare Online-Marketing-Kampagnen. Dabei ist es für uns besonders wertvoll, dass alle Kampagnen und Automatisierungen am jeweiligen Return on Investment gemessen und optimiert werden. Wir geben nur mehr Dargeld aus, wo erwiesen hohe Renditen erwirtschaftet werden. Das war und ist ein richtiger Game Changer im Online-Marketing für unser Hotel. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit sprechen für sich. Wir sind ein gutes Team. Mit über 12.000 Gästeanfragen und circa 1.150 Reservierungen konnten wir alleine schon in 2021 eine Wertschöpfung von über drei Millionen Euro erzielen. Besonders stolz sind wir auf den hervorragenden ROI. Dieser liegt bei diesem Ergebnis bei über 2.000 Prozent, was schon sehr beeindruckend ist. Wir generieren somit kontinuierlich über 20 Euro Umsatz pro investierten Euro. Neben den hervorragenden Kampagnenergebnissen ist für uns die laufende persönliche Betreuung besonders erfreulich. Unsere fixen Ansprechpartner sind bei Fragen für uns da und stets sehr bemüht. Außerdem erleben wir, dass die Online-Marketing-Kampagnen, die Marketing-Automatisierung sowie auch die restlichen Softwareprodukte laufend weiterentwickelt und immer besser werden. Wir hatten sehr hohe Erwartungen an die Zusammenarbeit und die Ergebnisse. Das liegt in unserer Natur als Unternehmer. Aber dass unsere hohen Erwartungen sogar noch übertroffen wurden, das war wirklich sehr schön.